Yo Leute, BC, wir haben jetzt endlich Freitag und hiermit präsentiere ich euch das Video zu Adrenalin 2 und den Track. Ich hoffe, euch gefällt das. Nicht so ernst nehmen ist bewusst ein Fun-Track und auf geht's, würde ich sagen. Ich hab das Untersuchungsergebnis. Sie können aufhören zu rappen. Diagnose sagt, ihr seid alle nicht mehr zu retten. Denn verrückter zu rappen als ich, ist schier nicht möglich. Du hast Medizin nötig, das ist löblich, wie Solid Snake tödlich. Ich bin als Arzt sehr vertrauenswürdig. Das Krankenhaus habe zu fackeln, das bringen würde ich. Du siehst sie nun mit jedem Stocksauer. Ja, die sind Stocksauer und seitdem auf mich, mein ganzer Stocksauer. Mach die Spitze startklar und hol mir den Patient rein. Du bekommst die Untersuchung und das wirklich assistentfrei. Ich bin dabei, das Spektakel wird jetzt inszeniert. Und danach ist wie in Resident Evil auch der letzte infiziert. Mein Track ist indiziert, von Hass inspiriert. Was anderes als eliminiert, wird jetzt nicht mehr akzeptiert. Wie gesagt, du kannst dich nicht mal artikulieren. Du sagst, das ist Sparta. Nein, das ist Adrenalin. Adrenalin, jetzt wird es wieder gespritzt. Das ist Teil 2 und die Sache ist mal wieder geritzt. Das ist mein Gebiet, willkommen in meinem Krankenhaus. Das ist mein Krieg, nämlich Hamza, ich fahr die Bracken aus. Adrenalin, jetzt wird es wieder gespritzt. Das ist Teil 2 und die Sache ist mal wieder geritzt. Das ist mein Gebiet, willkommen in meinem Krankenhaus. Das ist mein Beat, mein Beat. Ich fahr mit dem Panzer raus. Glückwunsch, ja sie sind ja wirklich der Vater. Aber unter uns, die da hat, immer wegen mir Muskelkater. Jetzt raus hier, da kommt der Notfallpatient. Aber auch die kranken Schwester mit russischer Akzent. Der Patient kratzt ab, ich leg auf ihr meine Hand. Noch paar Minuten und dann sind wir indirekt verwandt. Die Kontrenten stürmen rein und ich zieh die Schusswaffe. Wie gut, dass ich noch 10 Schuss hatte. Die Schwester als Kugel schutz hatte. Waffen, die ich sonst natürlich strengstens unter Verschluss halte. Dass ich damit zärtlich keinen Schluss machte. Dankte mir der Patient, ich konnte ihn wieder beleben. Er gab mir die Hand und meinte, das will ich nie wieder erleben. Kein Problem, ich hoffe, sie werden schnell wieder genesen. Jetzt sind auch Geistesgestörte in meinem Job vertreten. Warten Sie, ich verschreib Ihnen etwas. Ist das Antitamin? Nein, mein Freund, das ist Adrenalin. Adrenalin, jetzt wird es wieder gespritzt. Das ist Teil 2 und die Sache ist mal wieder geritzt. Das ist mein Gebet, willkommen in meinem Krankenhaus. Das ist mein Krieg, nenn mich Hamza, ich fahr die Braten aus. Adrenalin, jetzt wird es wieder gespritzt. Das ist Teil 2 und die Sache ist mal wieder geritzt. Das ist mein Gebet, willkommen in meinem Krankenhaus. Das ist mein Beat, mein Beat, ich fahr mit dem Panzer raus. Überall spritzen, blutig ritzen, das ist Adrenalin 2. Und wenn du meine Therapie verlässt, wirst du lustiger als Mr. Bean sein. Die Feinde beseitigen, mein Gebiet verteidigen. Die Brass ist voll mit Blut, ich werde pro NRW Markus bei sich steigen. Ich nimm das Blut als Tinte für meinen Stift. Dann bin ich bereiter als Nick, das Profilbild auf dem er kifft. Ihr seid gefickt, wenn BC kommt mit Mundschutz, mundtot. Ich mach auf der Straße Frühjahrsputz. Cell und Strack hat jeder gehört, es hat euch verstört. Auf Wärtsflückball, das Gebet wurde dann erhört. Grauer Beton 2 hat dann anschließend alles zerstört. Ich mache wieder Promo für mich und jeder ist empört. BC, da kommt, heißt es, der Mann. Hiermit kündige ich das Album, reiß es krank an. Du kannst dich einfach beim besten Willen nicht artikulieren. Das ist nicht Sparta, sondern Adrenalin. Adrenalin, jetzt wird es wieder gespritzt. Das ist Teil 2 und die Sache ist mal wieder gewitzt. Das ist mein Gebiet, willkommen in meinem Krankenhaus. Das ist mein Krieg, nenn mich Hamza, ich fahr die Krankenhaus. Adrenalin, jetzt wird es wieder gespritzt. Das ist Teil 2 und die Sache ist mal wieder gewitzt. Das ist mein Gebiet, willkommen in meinem Krankenhaus. Das ist mein Beep, mein Beat, ich fahr mit dem Panzer raus. Das ist mein Goldstein. H-h-h-h-h-h H-h-h-h! Miii?